Lieber Fritzei, mein besonderer Dank gilt dir für deine Arbeit für Nepal. Du haust dich da mit deiner Partnerin voll ein. Ich kriege das alles mit, die Krone berichtet ja immer darüber. Und ganz, ganz herzlichen Dank, ich wiederhole mich, möchte dir für deine Arbeit, für den Aufbau von Schulen, für die Hilfe für die armen Nepalesen hiermit danken. Ich wünsche euch alles, alles Gute, noch viele weitere gesunde Jahre und ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen. Pfiat dir dabei!